Hallo und herzlich willkommen heute mal im digitalen Wald, weil wir machen mal ein bisschen was. Am Bildschirm, das heißt ihr kriegt mich auch gar nicht zu sehen und ich arbeite hier wirklich nur mit solchen Aufnahmen, wie ihr hier eine seht. Das sind ganz offizielle Bildschirmfotos, die man in Google Earth erstellen kann. Die haben den großen Vorteil, dass man die auch problemlos in YouTube-Videos einbetten kann, ohne dass man irgendwelche Urheberrechtsprobleme mit Google bekommt, weil ist quasi Google-Material in Google nur der Kommentar und die gelben Stecknadeln sind von mir. Ja und oben links immer diese Überschrift, die könnt ihr größtenteils ignorieren, die ist eigentlich eher mehr für mich gedacht, damit ich weiß, von welchem Bild ich eigentlich gerade quatsche. Hier haben wir jetzt also die Übersichtsversion. Und was ich euch jetzt im Großen und Ganzen ein bisschen erklären möchte, ist, was man mit so einem Luftbild eigentlich anfangen kann, wenn man sich im Voraus in einem Waldgebiet ein bisschen umschauen möchte, in das man vorhat, halt eben real reinzudackeln. Also zum Beispiel eine mögliche Anwendung wäre, man plant irgendwo einen Urlaub, einen Städtetrip oder sonst was und denkt sich, ja gut, da brauche ich ja nicht teuer im Hotel pennen, da schlafe ich lieber außerhalb von der Stadt irgendwo im Wald und tja, wo mache ich denn das jetzt am besten. Und sowas kann man halt ganz gut eben machen, indem man sich dann vorher mal ein bisschen mit den diversen Möglichkeiten, die der Online-Kartenmarkt so bietet, da umschaut. So. Ja, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten an Karten, die man da verwenden kann, wenn man da sowas vorhat. Ich mache das meiste jetzt einfach mal per Luftbild, also sprich Google Earth, weil man da die meisten Informationen rausziehen kann, wie sieht denn das eigentlich aus, wo ich da hin will, wo finde ich da möglicherweise einen Lagerplatz, was für ein Wald erwartet mich denn da eigentlich. Weil, im Gegensatz zu sämtlichen, Entschuldigung, das war eine Mail, im Gegensatz zu sämtlichen anderen Karten, die man online so findet, hat halt quasi nur Google eben diese schönen Luftbilder und diese schönen Luftbilder liefern auch, im Gegensatz zu allen anderen Karten, die man so findet, relativ brauchbare Informationen dazu, wie der Wald halt eben da aussieht, wo man sich niederlassen möchte. Aber, was ich jetzt hier gerade ansprechen möchte, ist somit der, wie ich finde, größte Nachteil der Google Maps Verwendung oder Google Earth, das ist ja, wie gesagt, vom Kartenmaterial her im Regelfall das Gleiche, nämlich, die haben ein völlig undurchsichtiges System, also für den Anwender undurchsichtig, wie sie die einzelnen Waldweg-Kategorien darstellen. Guckt euch mal eher in der rechten Bildhälfte Mitte Straße an. Das ist so ein gelbes Hütchen da, gelber Reißnagel. So, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Da steht Straße. So, und links findet ihr auf ungefähr der gleichen Höhe Rückegasse. Und was sehen wir auf der Karte, beziehungsweise auf der Darstellung der Straße in eben diesem Luftbild? Wir sehen zwei identisch dargestellte Wege, zwei dünne Linien. Die unterscheiden sich nicht. Jetzt ist es halt aber einfach so, dass das Ding rechts, wo Straße steht, eine völlig ausgebaute Vorstraße ist. Da kann man sogar mit dem handelsüblichen Pkw drauf rumfahren, ohne sich den zu zerstören oder zu schrotten. Und das Ding links sieht genauso aus. In dieser Darstellung ist aber wirklich bloß eine Rückegasse. Da kann man zu Fuß drauf laufen und das war's. Also da kann man nicht mal, ja gut, vielleicht mit einem supergängigen Mountainbike noch drauf rumfahren, aber mit einem handelsüblichen Fahrrad kommt man dann noch nicht mal mit dem Fahrrad vorwärts. Also das ist wirklich nur, das ist nicht mal ein gut zu gehender Trampelfahrt. Das ist zwar eine Schneise im Wald und man kann da vielleicht noch ein bisschen besser laufen als mitten durchs Gehölz, aber mehr auch nicht. Und das wird hier nicht unterschieden. Und das ist natürlich dann mitunter ein bisschen schwierig. Denn wenn wir jetzt mal angenommen hier in diesem Wald einen Lagerplatz suchen, dann würden wir ja bei diesem Kartenausschnitt eigentlich wenig Waldecken finden, wo man jetzt sagen könnte, okay, hier ist jetzt optimal, hier kann man jetzt prima gut lagern, weil es gehen ja überall Wege durch. Ja, die Sache ist halt nur eben die, dass dieses linke Ding, was ich mit Rückegasse markiert habe, auch die dünne Linie zwischen Straße und Rückegasse, die diese Kurve beschreibt, auch das ist bloß eine Rückegasse und beides, also sowohl die Rückegasse markierte als auch die rechts daneben, das sind winzig kleine Wege eben, auf denen nie jemand unterwegs ist. Das ganze links unten in der Ecke quasi Waldareal ist total abgeschieden und potenziell, wenn man das dann möchte, gibt es da Schlafplätze noch und nöcher. Das ist eine wunderbare Waldgegend, um ganz ungestört eben entsprechend eine Nacht zu verbringen. Das kann man aus dieser Karte aber wirklich nicht ersehen, weil man keine Möglichkeit hat, außer man ist da und sieht es, festzustellen, sind das jetzt Rückegassen oder sind das richtige Waldstraßen. Hier müssten wir jetzt einfach mal glauben, dass das nicht nur hier in diesem Beispiel so ist, sondern quasi deutschlandweit kann man sich nie sicher sein, wie markiert Google nach welchen Kriterien eigentlich die Wege, die sie hier eben entsprechend einzeichnen. Es gibt nur die beiden Kategorien, es gibt die etwas festere weiße Linie, die sehen wir im oberen Bildbereich, und es gibt halt eben diese dünneren, transparenteren weißen Linien. Beides kann eine Vorstraße sein. In der Realität unterscheiden sich zum Beispiel die Straße, die ich mit Straße markiert habe, und der nördliche Anschluss. Also sucht euch aus, links oder rechts, geht es beides runter ins Dorf. Die Straßen, die, die mit Straße markiert ist, und die beiden, die runter ins Dorf gehen, die unterscheiden sich in der Breite, in der Beschaffenheit überhaupt nicht. Das ist exakt genau derselbe Weg, wenn man drauf rumläuft. Sieht genauso aus, ist in keinster Weise unterschiedlich. Trotzdem macht Google das Teil aus irgendwelchen Gründen zu so einem dünnen Sträselchen, wenn es nach Süden runter geht, und das Stück nördlich, das bleibt dick. Warum? Ist völlig undurchschaubar. Da gibt es meiner Meinung nach keinen plausiblen Grund für. Allerdings, eins kann man auf diesen Karten immer sagen, wenn es eine dicke weiße Linie ist, dann ist es auch eine Vorstraße. Also da kann man sich drauf verlassen. Da habe ich noch kein Beispiel gefunden, wo es irgendwie anders wäre. Nur halt eben bei den dünnen Linien, bei den transparenten Linien, das kann alles sein. Aber nochmal ein Vorteil, also bei diesen Google-Karten, ist aber auch wirklich fast jeder Trampelfahrt, der irgendwo im Wald existiert, verzeichnet. Der ist dann zwar immer halt eben die gleiche dünne Linie, aber es ist wirklich fast alles drin, was man auch nur ansatzweise als Weg bezeichnen könnte. Die sind sehr, sehr, sehr gründlich, was das angeht, um da überhaupt Wege einzuzeichnen. Diese ganzen Rückegassen, die hier verzeichnet sind, die findet man in anderen Karten halt einfach nicht. Das kann auch von Vorteil sein, weil man dann nicht denkt, das wäre jetzt ein offizieller Weg. Aber für denjenigen, der den Wald näher kennenlernen möchte und so weiter, ist es ja schon ganz interessant zu wissen, wo diese Rückegassen hinführen und dass es die gibt. Also es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Und falls Google mithört, keinesfalls möchte ich an dem Kartenservice von Google rumnörgeln. Das ist überaus praktisch und extrem hilfreich. Nur diese eine Sache halt eben mit dieser völlig unklaren Differenzierung zwischen dicker und dünner Linie, das macht die Sache etwas schwierig. Aber dafür gibt es einfache Lösungen. Dazu kommen wir dann später noch. So, dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wir haben hier links vom Weg ein Stangenholz, mitten in einer Dickung und rechts vom Weg eine Dickung. Wie ihr seht, sieht der Weg rechts vom Weg, äh, Quatsch, der Wald rechts vom Weg, so ein bisschen genauso aus wie der Wald links vom Weg, außer eben diesen sich deutlich abhebenden, äh, na sagen wir mal, mehr Einzelkonturen aufweisenden Bereich, den ich mit Stangenholz markiert habe. Ähm, dazu muss man jetzt auf jeden Fall wissen, dass die Daten dieser Karten oft nicht ganz aktuell sind. Das steht ganz, ganz unten links in der Ecke, ähm, 2009. Das heißt, eine Dickung, die 2009 noch eine sehr dichte Dickung war, könnte jetzt mehr oder weniger genauso aussehen wie das Stangenholz auf diesem Bild. Ähm, das geht schon relativ flott, so eine Dickung, dass die zum Stangenholz wird, das kann in 10 Jahren durchaus passieren. In diesem Fall sind sie zwar nicht ganz 10 Jahre, aber ich erzähle das deswegen, weil es hier der Fall ist. Inzwischen kann man keinen auf der Karte, wenn man es, wenn man es jetzt mit aktuellen Kartendaten jetzt angucken würde, könnte man links vom Weg wahrscheinlich keinen großen Unterschied zwischen dem, was ich als Stangenholz markiert habe und dem umgebenden Bereich, der jetzt noch so ein bisschen dickungsmäßig aussieht, erkennen. Also es ist immer nur so grober Anhaltspunkt, aber man kann schon was erkennen und zu dem Zeitpunkt, wo dieses Bild aufgenommen ist, ist es schon so, wie ich es euch jetzt erzähle. Wenn ihr also gerade das Glück habt, dass ihr an einer Stelle im Wald guckt, wo es aktuelle Kartendaten gibt, dann könnt ihr euch natürlich auch ziemlich gut drauf verlassen. So, zurück zum Stangenholz und zur Dickung. Was ist jetzt eine Dickung? Eine Dickung ist deswegen wichtig, also dieses wirklich kaum Einzelkulturen erkennbare, geschlossene Waldgebiet. Das ist deswegen wichtig, weil man da so gut wie nichts drin zu suchen hat. Erstens mal ist es gefährlich, weil die Wildschweine da drin hocken. Zweitens findet man da ohnehin keinen schönen Schlafplatz. Also einen schönen mit Sicherheit nicht. Es könnte dann interessant sein, wenn man sich vor irgendwelchen bösen Leuten verstecken möchte. Aber die Wildschweine verstecken sich da halt eben auch. Deswegen, ich möchte generell einfach davon abraten, großartig in der Dickung rumzustromern, wenn man dafür nicht irgendeinen sinnvollen Grund findet. Mir fällt spontan keiner ein. Deswegen ist es, glaube ich, schon mal ganz gut zu wissen, in der Dickung, oh ne, da brauche ich gar nicht erst hingehen, da muss ich gar nicht erst nach Schlafplätzen suchen. Ein Stangenholz hingegen ist sozusagen ein bisschen eine ältere Dickung, habe ich ja schon erwähnt. Das ist eigentlich ganz gut geeignet. Man hat da immer noch ein gewisses Wildschweinrisiko. Also ist es nicht auszuschließen, dass man da welchen begegnet. Man muss da also schon entsprechend tough drauf sein, wenn es um die Viecher geht. Ansonsten bietet sich das eigentlich schon an zum Übernachten, weil man halt eben einen relativ guten Sichtschutz hat. Das ist ein recht dichter Wald. Hier ist er jetzt relativ nah am Waldrand, würde ich also jetzt nicht unbedingt empfehlen wollen. Aber generell geht das schon. Und ja, muss man halt eben wissen, wie man da mit der Tatsache zurechtkommt, dass es ein Mini-Wildschweinrisiko gibt. Also im Gegensatz zu irgendeinem Altbestand, da ist das Wildschweinrisiko im Regelfall noch mal etwas geringer. Und damit können wir uns jetzt auch so einem, na sagen wir, mittelalten Wald zuwenden. Also wie gesagt, das klingt ein bisschen blöd hier mit Mittelalter. Das hat mit Mittelalter nichts zu tun, sondern der ist halt einfach mittel-alt, vorsichtig ausgedrückt. Wenn es sich um einen Mischwald handelt, zeichnet sich das dadurch aus, dass wir halt so viele, wenn bei einem hohen Laubholzanteil natürlich, wenn es viele Nadelbäume gibt, sieht es anders aus, dazu kommen wir gleich. Aber das zeichnet sich halt dadurch aus, dass man sehr wohl einzelne Bäume erkennen kann, wie hier schön zu sehen ist. Und den Mischwaldcharakter kann man auch erkennen, wenn ihr mal so ein bisschen unterhalb vom Mittelalter gelben Dingens schaut, findet ihr ungefähr auf gleicher Breite eine Tanne, die da relativ klar erkennbar eine Tanne darstellt. Nadelbäume haben von oben betrachtet immer so eine gewisse Sternchenstruktur. Das kann man eigentlich ganz gut erkennen, um dann Laub eben von Nadelbäumen zu unterscheiden. Grundsätzlich haben Nadelbäume auch eine kleinere Krone. Das kann also sehr wohl ein mächtiger Baum sein, auch wenn die Krone nur ungefähr von der Größe her vergleichbar ist mit den nebendran stehenden Buchen, weil die einfach generell eine größere Krone ausbilden. Ja, viel mehr gibt es hierzu eigentlich schon gar nicht mehr zu sagen. Beachtet bitte auch nochmal unterhalb von der Nadel ist auch eine kleine Schneise im Wald, die man hier ganz gut erkennen kann. Sowas kann verschiedene Ursachen haben. Entweder ist es tatsächlich eine Schneise, die extra dafür angelegt wurde, um eine Schneise zu sein. Das kann dann eine Jagdschneise sein, dass da quasi reingeschossen wird, weil das Wild dann gerne rauskommt in diese Schneise, weil da kommt mehr Licht auf den Boden. Da gibt es dann demzufolge mehr Grünzeug am Boden. Dann haben sie mehr zu fressen und dann gehen sie da gerne hin. Sowas ist natürlich zum Übernachten dann gänzlich ungeeignet. Also im Regelfall ist eine Schneise für denjenigen, der einen Schlafplatz sucht, nie was Gutes. Ganz selten in Ausnahmen mag es vielleicht doch mal so sein, aber halten wir uns davon vielleicht besser lieber fern. Tun wir jetzt mal spaßeshalber so, als gäbe es diese Schneise nicht. Wäre das dann ein guter Schlafplatz? Grundsätzlich sind diese Wälder im mittleren Alter eigentlich nahezu das Optimum. Also wenn man sich was aussuchen kann, Mischwald, mittlere Altersstufe, prima. Weil da gibt es nicht so hohe Fruktifikationen, dass man da mit riesigen Wildschweinaufkommen rechnen müsste, weil sie da unglaublich viel zu fressen finden. Außerdem gibt es noch einen gewissen Sichtschutz. Der Wald ist noch nicht licht, weil alt. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass in nächster Zeit riesige Mengen an Holzernte stattfinden. Also grundsätzlich schon eine gute Wahl. Ein alter Wald ist auch schön zum Übernachten, auch kein Problem. Aber vom Sichtschutz her kann sowas Mittelmäßiges noch ein bisschen besser sein. Versuchen wir mal das konkrete Beispiel. Sollte man da übernachten, wo die gelbe Nadel sitzt? Nö, weil da ist ja halt eben diese Schneise. Sagen wir mal, die wäre da nicht. Dann wären wir immer noch relativ nah an einer Vorstraße, hier links. Was allerdings interessanterweise eben wieder daran liegt, dass man mit diesen Wegangaben nicht so viel anfangen kann, ist, dass das Ding rechts im Bild bestenfalls ein winzig kleiner Trampelfahrt ist. Also das ist auf keinen Fall eine Straße und verläuft auch nicht so schnurgerade, wie es hier dargestellt wird. Also das ist eine deutliche Vereinfachung. Warum das jetzt auf der Karte so ist, das weiß, wenn überhaupt, dann nur Google. Fazit, ich würde da nicht übernachten. Aber wenn man jetzt nach rechts nochmal ungefähr 100 Meter in den Wald reinlatscht, vielleicht 150 Meter, dann, ja, da könnte man dann mit Sicherheit übernachten. Das kann ich mit so großer Sicherheit sagen, da ich das schon getan habe. So, jetzt kommen wir dann auch gleich zum Nadelwald. Aber vorher schauen wir uns hier mal noch einen sehr alten Waldbestand an. Und zwar einen wirklich, wirklich alten. Hier handelt es sich um einen 300-noch-was-jährigen Eichenbestand. Der ist nicht besonders groß. Auf der linken Seite vom Wald sind auch noch ein paar Eichen, die ähnlich alt sind. Die reichen aber nicht ganz diesem mächtigen Durchmesser der Eichen, die ich hier quasi mit der gelben Stecknadel markiert habe. Sowas sollten wir auch wieder deswegen meiden, weil die Chancen, dass das ein Naturschutzgebiet oder irgendwas Ähnliches sind, sind sehr, 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 sehr groß. In diesem Fall ist es zwar kein Naturschutzgebiet, aber ein Waldrefugium. Und auch in so einem Ding sollte man aus Naturschutzgründen nicht übernachten. Auch wenn man es rein streng genommen, rein rechtlich gesehen sogar potenziell dürfte. Da ist einfach halt ein Vernunftgrund, weil man ja eben seltene Tierarten und seltene Pflanzen nicht unbedingt über Gebühr stören möchte. Es ist auch wirklich nur dieser eine super alte Waldbestand, der da quasi dieses Refugium darstellt. Die Wälder in der näheren Umgebung, die sind alle ganz normale Wälder und da findet man überall Schlafplätze. Es besteht also auch einfach nicht die Notwendigkeit, sich dann jetzt so einen super tollen Platz quasi auszusuchen. Kennt man sich in der entsprechenden Gegend nicht aus, sollte man halt eben, wie gesagt, sowas eher meiden, weil die Chancen, dass das irgendwie geschützt sind, halt einfach sehr hoch sind. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Wir kommen zu den Nadelwäldern. Hier bei diesem Beispiel handelt es sich um generell nur so einzelne Nadelwaldflecken in sonst einem eher laubholzdominierten Wald. Hier haben wir zwei. Ich hoffe, ihr könnt die Umrisse ganz gut erkennen. Nadelbäume zeichnen sich eben durch diese Sternchenstruktur aus und das sind in diesem Fall schon relativ alte Exemplare. Da merkt man wieder, dass es ein älteres Bild ist, beziehungsweise das Kartenmaterial halt, ja, Kartenmaterial ist es ja nicht, es ist ja Bildmaterial, korrekt ausgedrückt. Jedenfalls, da merkt man, dass das ein bisschen älter ist, weil, wer sagte, beide diese Nadelholzbestände sind inzwischen eingeschlagen. Das kann man aber halt eben natürlich nicht wissen, außer man ist vor Ort. Deshalb gehen wir jetzt mal davon aus und tun so, als würden die noch stehen. Und ich denke, man kann es ganz gut eben erkennen, wie sich die Nadelbäume, besonders die älteren von den umgebenden Laubholz, abheben. Laubholz, immer runde Krone, Nadelbäumchen, immer diese sternenförmigen Dinger. Ein bisschen eine Ausnahme ist die Kiefer, die kann mitunter von ihrem Kronenbild auch mal ein bisschen runder aussehen und weniger eben diese Sternchenstruktur einnehmen. Dazu habe ich aber auch noch entsprechend ein Bildmaterial vorbereitet. Denn hier haben wir es mit einem Kiefernbestand zu tun, der sich allerdings tatsächlich in einer ganz anderen Ecke von Deutschland befindet, wie die Wälder, die ich bisher gezeigt habe, nämlich ganz weit im Norden. Das Zeug von bisher war, ja, ziemlich weit im Süden, wenn auch nicht ganz, ganz, ganz im Süden. Na, wie dem auch sei, das hier ist ein Kiefernwald auf Sand. Kiefernwald kann man eigentlich dann dadurch ganz gut erkennen, dass es Kiefernwald ist, dass man eben diese vielen kleinen Krönchen hat, vergleichsweise kleinen, die so mitteldingartig aussehen, also für mich zumindest, wie ihr das empfindet, müsst ihr selber wissen, aber für mich sehen die so ein bisschen als Mittelding zwischen einem Laubbaum und einem Nadelbaum aus. Das Ding ganz unten links, da sieht so ein bisschen aus, als wäre da quasi das, was beim Haar von Google Earth anschließt. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre es ein großer Laubbaum, ist aber nicht. Das sind nur ein paar zu dicht zusammenstehende Kiefern. Generell neigen die auch dazu, so kleine Grüppchen zu bilden. Das kann man auch in der unteren Bildhälfte in der Mitte sehen. Trotzdem, Kiefern stehen vergleichsweise weit auseinander. Wir haben also relativ viele Zwischenräume hier in diesem Wäldchen. Der ist auch so ungefähr mittelalt. Daran kann man so ein bisschen erkennen, dass es sich um den Kiefernwald handelt. Wenn wir wissen, dass das Bild aus Nord-Nord-Nord-Deutschland stammt, dann können wir auch eigentlich immer fast schon vermuten, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass es sich um einen Kiefernwald handeln könnte, weil der ist da halt eben nun mal relativ häufig. Und wenn man dann keine deutlichen Laubholzstrukturen erkennen kann und auch keine deutlichen Fichtenstrukturen, sondern halt was, was ungefähr so aussieht, dann haben wir es wahrscheinlich mit dem Kiefernwald eben dann auch entsprechend zu tun. Eine Kiefernwald-Dickung sieht auch wieder ganz ähnlich aus wie die anderen Dickungen. Ja, vielleicht kann man da auch schon leicht, leicht besser die Konturen der einzelnen Bäume erkennen, weil halt eben Kiefer braucht viel Licht, hat dementsprechend relativ viel Zwischenraum. Also das ist dieser Sonderfall. Kiefer, nicht so einfach, gebe ich zu, aber ja, so ist es halt nun mal. So, und hier haben wir jetzt einen noch eher relativ jungen Nadelwald, also ganz, ganz jung ist er auch nicht mehr, also das, was markiert ist natürlich wieder, aber nur schon noch relativ jung. Da kann man sich jetzt auch wieder streiten, ist das ein schöner Schlafplatz? Also ein schöner Schlafplatz ganz bestimmt nicht. Ein möglicher Schlafplatz potenziell schon, allerdings zu nah am Weg, weil dieses Ding hier, das ist jetzt diese dicke Linie, das ist immer eine Vorstraße, ist auch hier der Fall. Da kann man also auf keinen Fall übernachten, da wo jetzt die Stecknadel ist. Man muss schon relativ weit nach links, da wo der Laubwald beginnt, dann könnte man da wieder übernachten, aber auch wieder nicht, weil das ist jetzt wieder ein Problem, was wir auch nicht haben auf diesen Bildern, ist irgendwie das Gefälle des Geländes vernünftig dargestellt, weil gerade da, wo eben diese älteren Bäume beginnen, links neben unserem Nadelwald, ist eine saumäßig schluchtige Schlucht, sage ich jetzt mal, und das ist auf jeden Fall nichts, wo man pennen könnte, man muss man dann wirklich relativ umständlich da hochkraxeln, um in den Laubwald da reinzukommen, und na komfortabel ist das nicht, sage ich jetzt mal, geht zwar, aber einfach nur mal so als Beispiel, was man etwas nicht sieht auf diesen Bildern, das ist völlig unmöglich, das zu erkennen, wenn man nicht weiß, dass sowas da ist. Man kann aber sowas in der Richtung vermuten, wenn ein schlagartiger Wechsel der Baumartsbestockung da ist. Oft hängt das nämlich auch mit einem Wechsel des Geländes zusammen, dass da halt eben ein Bach dazwischen ist, oder halt in diesem Fall ein Bach mit Schlucht, also ein Schluchtbach sozusagen. Das ist oft so. Das muss nicht, aber oft ist es so, wir können uns halt nur nicht darauf verlassen, deswegen hilft uns diese Information nur begrenzt weiter. Ja, und unten rechts im Bild, also rechts vom Weg quasi, da sieht man jetzt nochmal ein paar alte Nadelbäume, es sind, glaube ich, Fichten oder Douglasien, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, das ist auch wurscht, das kann man am Bild auch wirklich überhaupt nicht erkennen. Fichte und Douglasien anhand vom Luftbild auseinanderhalten ist unmöglich. Und ja, das einfach zum Vergleich zu unserem noch jungen Nadelwald, der junge Nadelwald, also viele kleine Sternchen, auch dicht beisammen, wenn es nicht Kiefer ist, ist Nadelwald eine verdammt dichte Angelegenheit, während so ein älterer Nadelwald, da können sie schon mal ordentlich, ordentlich auseinanderstehen und auch in diesem Fall ist noch so ein bisschen Laubholz dazwischen, man kann es so ein bisschen erahnen, dass auch so ein bisschen was unten nachkommt. Ja, das ist halt also quasi das, was es hier zu sehen gibt. So, und ich hoffe damit, irgendwie so mindestens einigermaßen aufgezählt zu haben, was man denn mit diesen Luftbildern so anfangen kann. Wir können zumindest mal so grob die Waldstruktur ein wenig abschätzen und ein wenig unterscheiden, um was für ein Wäldchen es sich denn eben handelt und potenzielle Naturschutzgebiete und Dickungen zumindest schon mal ausschließen, ne, und uns aussuchen, ob wir in den Nadel- oder in den Laubwald rein wollen. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem mit den Wegen eben. Und wir haben noch das Problem, dass wir nicht wissen, wo sind denn da Schluchten und so ein Zeug. Jetzt hält so eine Schluchtenfußgänger natürlich nicht wirklich auf, aber es ist vielleicht doch ja ganz schön zu wissen, wie das Gelände eigentlich aussieht und dafür brauchen wir jetzt halt eine richtige Karte, die nach Möglichkeit auch noch Höhenlinien enthält. Und da hätte ich jetzt eine Empfehlung und die habe ich deswegen, weil ich die auch vom Urheberrecht her zeigen darf. Ja, und das ist die Reit- und Wanderkarte aus dem Kanon der OpenStreetMaps-Karten. Die findet man entweder, indem man auf den unten verlinkten Link draufklickt oder indem man quasi nach OpenStreetMaps Deutschland sucht, dann kommt man auf so eine Gesamtansicht, wo man verschiedene Spezialkarten innerhalb der OpenStreetMap-Karten anklicken kann und findet dann halt auch die Reit- und Wanderkarte. Die hat einen großen Vorteil, nämlich die hat, wie man sehen kann, Höhenlinien. So, und sie hat eine schöne große Legende und da kann man jetzt sehen, anders als bei Google werden da jede Menge verschiedene Wege unterschieden und die sind in der Karte auch eben entsprechend dann unterschiedlich farblich markiert und unterschiedlich dick und so weiter und so fort. Allerdings sind hier auch wirklich nur größere Wege eingezeichnet, so wie bei Google, wo auch die Rückgegassen zumindest mal verzeichnet sind, läuft sie nicht ab, die sind dann einfach nicht existent. Da sieht es dann halt so aus, als wäre das völlig unberührte Wildnis dieser Wald und ob da irgendwelche Rückgegassen oder Trampelphase durchgehen, erfährt man mit dieser Karte halt eben nicht. Deswegen sollte man halt immer beides verwenden. Einmal Google Earth, Google Maps und einmal irgend so eine andere Karte, zum Beispiel diese hier, die hier, nehme ich jetzt halt deswegen, weil ich die halt eben nun mal zeigen darf. Was auch noch auf jeden Fall gute Karten sind, sind die jeweiligen sogenannten Geoportale der jeweiligen Bundesländer. Also wenn ihr mal Google Geoportal Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, scheißegal, sucht euch ein Bundesland aus. Jedes Bundesland hat ein sogenanntes Geoportal und da findet ihr auch immer Kartenmaterial, das man zum Selbstverwenden für den eigenen persönlichen Gebrauch sich auch ausdrucken kann und sie speichern kann und so weiter und so fort. Das sind in der Regel eigentlich immer gute Karten. Zum Teil sind sie sehr gut, in Bayern ist es ausgezeichnet und da kann man sehr, sehr, sehr gut mit arbeiten, zumal das außerdem offizielle Karten sind, von richtigen Kartografen erstellt und nicht nur von irgendwelchen Hobby-Leuten wie bei OpenStreetMaps. Nicht, dass OpenStreetMaps jetzt richtig schlecht wäre, aber da gibt es halt auch noch mal ein paar Nachteile und auf die möchte ich jetzt zu sprechen kommen und die haben dann die offiziellen Karten kaum noch bis gar nicht mehr, sage ich jetzt mal. Ja, Nachteil Nummer 1 dieser Karte ist es jetzt halt, dass zwar jede Menge verschiedene Möglichkeiten da sind, Wege zu differenzieren, aber oft im Gelände halt nicht erkennbar ist, warum jetzt dieser Weg plötzlich eine andere Farbe hat, als der andere Weg sozusagen, weil sie sonst von ihrer Eigenschaft her, wenn man im Gelände drauf rumläuft, nahezu identisch sind. Vielleicht liegen 5 Gramm weniger Steine auf dem roten Weg als auf dem gelben Weg. Denn, wenn wir jetzt mal in die Bildmittel gucken, da wo dieses blaue Symbolchen ist, was verbrunnen steht, nach Norden zweigen die beiden gelben Wege ab, der rechte wird dann irgendwann rot und schwarz, oh, das ist ein Deutschlandweg. Und nach Süden geht dieser rote Weg runter und da kann ich euch jetzt auch wieder erzählen, diese Wege sind nicht unterscheidbar. Die haben exakt den gleichen Fahrbahnbelag, die sind alle mit Auto oder Fahrrad befahrbar, das sind richtige Vorstraßen. Unterschiede sind da für den Mensch, der zu Fuß oder eben mit primitiven Fortbewegungsmitteln wie einem Fahrrad im Wald unterwegs sind, ist nicht feststellbar. Das ist also so ein bisschen unnötig quasi. Und das gilt übrigens für alle hier abgebildeten Wege, die unterscheiden sich alle so gut wie gar nicht, das sind alles Vorstraßen. Also alle mit Fahrrad und zu Fuß in etwa gleicher Qualität begeh- beziehungsweise befahrbar. Also diese ganzen unterschiedlichen Fahrtgebungen, die hier zu sehen sind, sind also in diesem Beispiel relativ nutzlos. Das kann in anderen Bereichen Deutschlands besser sein, weil das ist jetzt ein Problem von diesen Open-Street-Maps-Karten, weil halt eben die immer nur so gut sind, wie die Arbeit, die die Leute, die die Karte kartografiert haben, gewesen ist. Also wenn das jetzt angenommen an dieser Stelle irgendwer gemacht hat, der halt keine Ahnung hatte, dann ist es hier halt jetzt ein bisschen mies. Und an anderer Stelle hat es vielleicht ein super toller Profi-Kartograf gemacht und da ist es dann eben entsprechend toll. Das Dumme ist nur, das weiß man halt vorher immer nicht und muss sich dann halt immer drauf verlassen und das ist meiner Meinung nach ein kleines bisschen schwierig. Aber ich muss noch mal betonen, ich muss diese Karte nehmen, weil die anderen darf ich alle aus Urheberrechtsgründen nicht. Aber genug geschimpft, man kann nämlich mit diesen Karten sehr wohl auch arbeiten. Das waren jetzt nur die Nachteile. Sie funktionieren schon. Das ist jetzt nicht, dass das alles scheiße wäre. Also diesen Eindruck möchte ich bitte, falls ich ihn erweckt habe, wieder zurücknehmen. Guckt euch jetzt mal die Fläche genau in der Bildmitte an. Das wäre jetzt ein Bereich, wo wir auf der Google Earth-Karte beziehungsweise auf der Google Maps-Karte diese ganzen Wege drin haben, die eigentlich bloß rückgegassen sind. Die sind hier jetzt nicht eingezeichnet. Vergleichen wir jetzt unsere Google Maps-Karte und unsere OpenStreet-Maps-Karte, dann stellen wir fest, aha, okay, dann sind die Wege, die bei Google drin stehen, wohl wahrscheinlich bloß in dieser Stelle nur rückgegassen. Und das ist dann auch so. Und auf diesem Wege, indem wir die beiden Kartentypen vergleichen, können wir dann schon ganz gut unterscheiden, welcher Weg, der bei Google eingetragen ist, halt was für ein Typ von Weg das dann eben ist. Würden wir jetzt nur diese Karte nehmen, wüssten wir aber auch nicht, dass es diese rückgegassen gibt. Und dadurch, dass wir beide Karten kombinieren, wissen wir, A, es sind rückgegassen und B, es gibt sie. Also, das ist auf jeden Fall eine ganz hilfreiche Information. Schön ist jetzt natürlich noch, dass hier Wanderwege oft in diesen Karten einzeln ausgewiesen sind. Das ist bei diesem farbenfrohnen Ding unten im Bild der Fall. Das ist ein relativ beliebter Wanderweg, der interessanterweise aber über völlig unterschiedliche Arten von Wegen verläuft. Das ist alles als ein und derselbe Weg markiert. Da macht man sich dann also gar nicht mehr die Mühe, jetzt diese einzelnen Wegtypen farblich irgendwie noch groß zu unterscheiden. Halte ich in diesem Fall aber für besser. Man will ja wissen, dass man auf dem richtigen Weg ist und das ist einem in dem Moment ja relativ wurscht, wie der Weg dann entsprechend eben aussieht. Zur Navigation wäre es natürlich schon schön zu wissen, wenn man an eine Kreuzung kommt, dass der Weg weiter geht auf einem ähnlichen Niveau, wie man angekommen ist. Aber gut, ich will jetzt auch nicht zu viel rumnörgeln. Ich bin schon sowieso zu viel am Nörgeln. Außerdem noch schön bei diesen Karten hier, man hat Symbolchen. Zum Beispiel eben dieses kleine Brunnensymbol hier Mitte rechts und das Hochsitzsymbol Mitte links. Also so einzelne Sachen sind eingezeichnet. Gerade die Hochsitzsymbole sind natürlich für jemanden, der im Wald übernachten möchte, sehr, sehr, sehr hilfreich. Es sind allerdings in den seltensten Fällen wirklich alle Hochsitze verzeichnet. Es ist also eher so, dass man nicht unbedingt sagen kann, okay, wo kein Hochsitz ist, da ist auch keiner. Aber man kann sich schon ziemlich sicher sein, dass da, wo welche eingezeichnet sind, mit Sicherheit welche sind. Es ist also eine kleine Hilfe, wenn auch nicht ultimativ, super, ultra, vollständig. Aber es ist eine Hilfe. Es sind auch Hütten verzeichnet, auch wieder hier in der Bildmitte. Es sind Wegweiser verzeichnet, finde ich auch sehr, sehr, sehr praktisch. Und auch ein schönes Detail, was ich sehr nützlich finde, es sind Steinbrüche und besondere Strukturen im Wald teilweise zumindest verzeichnet. All diese Dinge gibt es auf Google Maps beziehungsweise Google Earth überhaupt nicht. Außer, jemand hat an der Stelle ein Foto quasi hingesetzt, was man an der Stelle dann aufrufen kann. Das gibt es an manchen Orten, aber nicht so flächendeckend, dass man sagen könnte, alle wichtigen Punkte sind markiert. Da ist diese Karte dann auf jeden Fall nochmal eine erheblich bessere Wahl. Und damit sind wir auch fast durch. Ich habe nur noch eine Sache vergessen. Die Google Karten, die sind dahingehend nochmal toll, weil sämtliche größeren Naturschutzgebiete sind da extra nochmal verzeichelt. Das sind dann nochmal so extra grüne Flächen. Insbesondere, wenn man ein bisschen weiter rauszoomt, kann man wunderbar erkennen, wo halt eben irgendwelche Schutzgebiete sind und da kann man dann auch wieder entsprechend nicht übernachten. Ich weiß nicht, ob die hier in der OpenStreetMap auch so gut eingezeichnet sind, wie das bei Google der Fall ist. Also das funktioniert nämlich wirklich prima. Hier werden sie sicher auch drin stehen. Das habe ich mir gar nicht so genau angeguckt, aber das könnt ihr ja für euch machen. Da braucht ihr mich ganz bestimmt nicht für, denn an dieser Stelle bin ich auch soweit fertig. Das ist jetzt doch relativ viel Material geworden, hatte ich gar nicht erwartet und dann habt ihr euch jetzt wieder brav betüxen lassen und dürft schlafen gehen oder was immer ihr jetzt tut. Macht's gut. Das macht's gut. Das macht's gut. Untertitelung des ZDF, 2020